Let it rain Ob Elli die Würstchen auch bei ihrem Auftritt irgendwo bei sich trug, wissen wir zwar nicht. Fest steht aber, sie haben ihr Glück gebracht. Elli hat erst einmal die Jury total begeistert und dann auch das alles entscheidende Publikum. Let it rain on me Platz 1 für Elisabeth Elisabeth, komm hier hin Nein, 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 Elisabeth